TV-Übergenal ist mal wieder unterwegs, jetzt hier in Wiesloch beim Autohaus Ranaldi. Herr Ranaldi, unsere Zuschauer, die sind jetzt ganz gespannt. Was gibt es für Neuigkeiten? Es ist demnächst wieder was los bei Ihnen. Ja, es gibt viel Neues bei Autohaus Ranaldi. Gerade jetzt die neuen Modelle, die Hyundai herausgebracht hat. Wir jetzt am Wochenende, am Samstag, den 18.03. haben ja für unsere Kunden geöffnet bis 16 Uhr abends um die neuen Modelle, Yes-Modelle oder die Stata Go für zum Beispiel ein Hyundai i20 in der Polo-Klasse für unter 10.000 Euro. Dann unser Newcomer in der vierten Auflage, der neue i30. Gerade hinter mir steht er zum Zeigen und den wollen wir vorführen, Probefahrten durchführen mit unseren Kunden. Und das ist eine Qualität, vergleichbar mit deutschen hochwertigen Modellen. Wir wollen unseren Kunden einfach mal zeigen, wie Hyundai drauf ist, was Hyundai momentan macht. Auch in der Alternative, wie zum Beispiel der neue Hybrid Elektroauto von Hyundai, der neue Ioniq. Ein wunderbares Auto, zum Beispiel Elektroauto unter 34.000 Euro oder der Hybrid ab 23.000 Euro. Die Fahrzeuge sind alle bei uns an diesem Tag bereit zur Probefahrt und wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Kunden sich für diese Marke interessieren und auch bei uns mitfeiern. Wir sind geöffnet von 10 Uhr bis 16 Uhr abends, am Samstag, den 18.03. Was erwarten Ihre Kunden hier im Autohaus Ranaldi am Samstag? Also unsere Kunden erwarten bei uns sehr schöne Hyundai-Modelle, neue Hyundai-Modelle. Genauso haben wir für unsere Erwachsenen und auch Kindergetränke und kleine Snacks, für die ganz kleinen Geschenke, kleine Geschenke. Also wir würden uns unheimlich freuen, Sie bei uns hier im Autohaus Ranaldi willkommen zu heißen. Vielen Dank. Herr Ranaldi, wo ist das Autohaus Ranaldi? In welcher Straße? Wir sind in Wiesloch, 6918 Wiesloch, Neuesstresel 2. Wenn Sie bei uns anrufen müssen, wir haben die Telefonnummer 06222 936 990. Die Webseitenadresse, Herr Ranaldi? Unsere Webseite heißt www.autohaus-ranaldi.de Ich danke Ihnen und freuen uns auf unsere Gäste.